Ja, herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um animalische Düfte und die sind, wie man vermuten kann, nicht unbedingt angenehm, vor allem, wenn man sie in größeren Dosen einsetzen würde. Ich gehe jetzt mit euch heute mal ein paar wichtige durch, die man vielleicht einfach schon mal gehört haben sollte. Und der bekannteste animalische Luft ist wahrscheinlich der Moschus. Wobei man sagen muss, also heute werden ja viele animalische Lüfte synthetisch erzeugt, so ist es auch bei Moschus. Und das ist jetzt wirklich noch der angenehmste von allen. Ich habe jetzt hier mal zwei unterschiedliche Sorten. Das ist einmal so ein Maskketone, nennt sich das. Das ist ein bisschen outdated, setzt man heute eigentlich nicht mehr so oft ein. Und ein moderner, makrozyklischer Moschus. Der riecht schon ein bisschen animalisch, aber nicht so sehr, wie man das vielleicht denken würde. Also bei Moschus kann man sagen, das riecht tendenziell eigentlich eher nach menschlicher Haut. Und diese animalischen Bestandteile, die sind dann mal mehr, mal weniger drin vertreten, aber nicht so stark. So, dann steigern wir uns ein bisschen. Also ich habe jetzt hier Isobutylchionolin. Und das riecht jetzt auch gar nicht mal so animalisch, sondern ein bisschen chemisch. Und direkt daneben habe ich das Castureum. Und Castureum ist tatsächlich ein Stoff, der nennt sich auch Bibergeil, weil der eben aus Trüsen des Bibers entnommen wird, aber zum Glück auch heute synthetisch verfügbar ist. Und das Interessante, wenn man diese beiden Stoffe kombiniert, also das Castureum, das hat schon so einen, ja, animalischen Fäkalgeruch ein bisschen, wenn auch noch nicht so stark wie andere. Und wenn man die beiden kombiniert, dann hat man eigentlich schon einen typischen Lederakkord. Das ist ganz interessant, kommt natürlich auch hier sehr stark auf die Dosierung an, aber wenn ihr ein Lederparfüm macht, dann verwendet ihr möglicherweise diese beiden Stoffe. So, dann kommen wir zu einem Stoff, der im Jasmin enthalten ist. Darum ging es ja im letzten Video. Und das ist das sogenannte Indol. Riecht ehrlich gesagt so ein bisschen nach Mundgeruch. Also wenn man manchmal, ja, Leute sieht, die auch so ein bisschen verfaulte Zähne haben und so entsprechend Mundgeruch, der daraus resultierte, so ähnlich riecht Indol, also für sich alleine genommen. Ich habe jetzt hier mal eine 10-prozentige Lösung und dachte, ich mache es vielleicht mit einer 1-prozentigen ein bisschen angenehmer. Aber viel Unterschied ist es leider nicht. Also es riecht immer noch unangenehm. Indol würde man in einem Jasmin-Akkord zum Beispiel mit einer 1-prozentigen Dosierung einsetzen, um so eine ganz zarte Unterstützung der Jasmin-Note zu haben. So, dann habe ich hier einen chemischen Stoff, Paracrysylacetat. Der riecht tatsächlich, boah, das sind jetzt 25 Prozent, das ist schon sehr stark. Also der riecht jetzt wirklich nach Pferdestall. Weil, wenn ihr vielleicht als Hobby oder wie auch immer euch mit dem Thema beschäftigt habt oder irgendwie in der Nähe von einem Hof groß geworden seid, dann ist das dieser ganz typische Pferdegeruch. Der steckt in diesem Stoff drin. Ja, und das Beste, das kommt zum Schluss, das ist der Civet-Extrakt. Civet wird von einer Großkatze entnommen, auch über die Drüsen. Auch da gibt es zum Glück synthetische Alternativen. Also ich habe hier eine synthetische Variante von Civet, weil das mit diesen Haltungen, also diese Katzen werden in Käfigen gehalten und dann wird eben dieser Stoff entnommen. Und das ist für die Tiere oft traumatisierend. Also zum Teil ist es so, dass Tiere dann gar nicht mehr fressen. Andere stecken es ein bisschen leichter weg, aber das ist nicht schön. Also deswegen bei tierischen Inhaltsstoffen würde ich persönlich eben mal auf den synthetischen Ersatzstoff zurückgreifen. Es sei denn, es ist sowas wie Bienenwachs, wo ein Tier ja jetzt nicht wirklich eingeschränkt ist in seiner Lebensqualität. So, dann gucken wir mal. So, und ich hatte schon das Vergnügen. Boah. Und das ist jetzt eine 10-prozentige Lösung. Und das riecht wirklich, also wenn ihr öfter mal ein Katzenklo leer machen müsst, was ich ab und zu mal tue, dann ist das schon sehr nah dran. Und ich muss euch sagen, diese 10 Prozent, boah, also da kann ich mich wirklich nicht mit anfreunden. Das hat man beispielsweise in einem guten, wie heißt es, Maiglöckchen-Akkord. Da ist immer ein bisschen Silvet drin. Und auch hier ist es wie bei allen Duftstoffen so, die Mischung macht es. Aber ich muss gucken, dass ich diesen Duftstreifen jetzt irgendwie entsorge. Am besten nicht in der Wohnung. Das ist wirklich, boah, also da ist da noch so ein bisschen Urin-Geruch dabei. Also es ist wirklich so ganz starker Fäkal-Geruch von diesem Silvet. Ja, damit werde ich das Video auch beenden. Ich hoffe, es war interessant für euch einmal zu sehen, welche animalischen Lüfte man im Parfum einsetzt. Sie verleihen dem Duft halt eben Tiefe, wenn sie in sehr kleinen Mengen eingesetzt werden, können supporten, unterstützen, bilden Synergien mit anderen Duftstoffen. Aber wie gesagt, man darf sie eben nur in sehr kleinen Dosen einsetzen. Ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert gern den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.